Ich heiße alle Horror-Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watchpad Horror. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und begrüße euch natürlich zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, wo wir uns heute mit unserer Verratsgeschichte beschäftigen. Das hier sei jetzt schon das dritte Video dazu oder so, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist sehr viel passiert in den letzten Kapiteln. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass unsere Hauptfigur random ein Vampir geworden ist, aus Gründen. Und natürlich haben sie nebenbei noch gegen einen Drachen gekämpft und sind auch noch auf einem Drachen geflogen. Und das ist alles irgendwie so in drei Sätzen passiert. Jedenfalls sind die jetzt da irgendwo in so einer Arena oder was auch immer angekommen. Und jetzt muss sie irgendwie mit Helfern gegen irgendwen kämpfen. Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht habt ihr es ja besser verstanden oder so. Wenn nicht, dann willkommen im Club. Und das hindert uns natürlich alles nicht daran, das weiterzulesen. Deswegen werden wir das jetzt tun. Falls es euch interessiert, was ich mache, wenn ich mal nicht diesen Mist hier aufnehme, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Dort lade ich hin und wieder mal was hoch. Falls aber du, liebe Horror-Hörer, auch eine Geschichte auf Wattpad gefunden hast, die du denkst, das ist würdig, auf diesem Kanal vertreten zu werden, dann besuche mich gerne mal auf Wattpad. Dort kannst du mir nämlich diese gefundene Geschichte schicken. Das würde mich sehr freuen. Und wer auch immer ein paar Highlights von diesen ganzen Sachen auf diesem Kanal hier gerne mal sehen möchte, dann kann derjenige gerne auch mal auf TikTok vorbeischauen. Dort lade ich nämlich auch eigentlich jeden Tag irgendwie mal was Lustiges hoch. Wir lesen jetzt aber mal weiter in unserer Geschichte, die jetzt aus irgendeinem Grund wieder eine Vampirgeschichte geworden ist. Vielleicht wird es ja auch noch irgendwas anderes. Kapitel 7. Ich ging nach draußen, dort stand Tizian. Er lächelte mir zu. Können da auch Leute sterben? Fragte ich ihn. Vampire nicht, aber Menschen. Es können auch Helfer verraten. Antwortete Tizian. Ich sah Nicole, eine Vampirin aus ihrem Zelt kommen. Auch die Menschen und die restlichen Vampire kamen. Es nehmen Edmund, Lisa, Tom, Percy, Adrian, der vorherige Gewinner, Finn, Sabina, Tizian, Nicole und Viola, sagte der Sprecher des Turn... des Tuners. Ich glaube, nur für die neuen Vampire Finn und Viola muss ich meinen Namen sagen. Ich bin Carl Tormann. Es ist so random. Warum sind wir hier? Was machen wir hier gerade? Also was passiert denn? Sie fragt so, ja, können irgendwie Menschen sterben? Und er sagt so, ja, also ja, die können schon sterben. Nur du kannst nicht sterben, also falls sich das beruhigt. Also was ist das? Ist das wie so ein Gladiatorenkampf wie damals? Wird das jetzt wieder auferlebt? Nur halt mit Vampiren aus irgendwelchen Gründen, die wir noch nicht wissen bisher. Und Carl ist Moderator. Na Mensch, klingt nach einem Erfolgskonzept. Jetzt fängt die Vampirprobe an, ob alle gut für das Turniers sind, sagte er. Carl Tormann stellte uns in eine Reihe. Ich konnte doch noch nicht fliegen und dann das. Wir mussten Wettfliegen machen. Ich stellte mich vor den Abgrund. Auf die Plätze, fertig, Punkt, 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 los, brüllte Carl Tormann ins Mikrofon. Carl war ein Mensch. Ich stürze mich später als die anderen in die Tiefe. Ich sackte wie ein Stein nach unten. Ja gut, das hoffe ich doch, weil Erdanziehungskraft ja für Vampire auch noch gilt, genau wie für Menschen. Doch dann flatterte mein Umhang. Ich flog. Doch die anderen waren schon weit. Doch das machte mir nichts aus. Hauptsache ich flog. Und ich flog immer schneller. Ich hatte sogar Lisa überholt. Ich schnellte wie ein Pfeil den Himmel entlang. Tizian war an Ziel. Würde ich noch schneller machen, wäre ich Zweite. Doch Edmund war schneller. Ich flog noch schneller. Edmund jagte aufs Ziel zu. Ich konnte ihn nicht mehr stoppen. Trotzdem wurde ich schneller und ich kam mit Edmund ans Ziel. Ich kriege dich noch. Dich und Tizian spätestens beim Turnier, sagte Edmund und flog davon. Ich schaute zu meinen Freunden. Spiritus, was wolltest du mir eigentlich im Wald sagen? Frag dich in. Ist auch ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu klären irgendwie. Sie ist jetzt gerade irgendwie geflogen. Das erste Mal. Random. Aus. Also wie auch immer sie das gemacht hat. Ich meine, sie ist ein Vampir, okay. Aber keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, trotz allem. Und dann ist sie so, ach ja, übrigens, du hattest ja mich im Wald irgendwie angesprochen. Willst du mir das jetzt noch erzählen? Ist sie nicht noch in der Luft? Also was macht sie denn gerade? Er antwortete, dass wir doch einfach nur Freunde sein können. Sind wir doch, sagte ich. Ich bin nicht mehr in dich verliebt. Das stimmte. Oh mein Gott, das Drama. The drama at the end of the chapter. Oh mein Gott. Ja, das war übrigens auch schon wieder ein Kapitel, aber wir lesen jetzt mal weiter in das Nächste. Kapitel 8. Hallo, ich habe jetzt schon sehr viel geschrieben. Es freut mich, wen ihr es gut findet. Viel Spaß beim Weiterlesen. Ja, vielen Dank. Den werden wir haben. Ich sah Edmund den restlichen Tag nicht mehr. Ich flog den Tag viel mit Tizian. Tizian, wie alt bist du eigentlich? Fragte ich in. 114, sagte er. Ich konnte mich gerade noch halten. 114, fragte ich. Tizian lachte. Wie alt bist du? Fragte er. 13, sagte ich. Dann bist du jetzt 113. Vampire leben doch so lange. Ach so, genau. Also, die Rechnung geht natürlich total auf. Also, er ist 114. Und wahrscheinlich ist das einfach, ja, du bist jetzt, also, du hast so dein Alter und rechnest du einfach noch 100 Jahre drauf. Also, das ist, macht absolut Sinn. Sagte Tizian. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Wir lachten beide. Amüsiert euch schön. Mal gucken, was ihr sagen werdet, wenn ich euch verletze, sagt eine Stimme hinter mir. Edmund las uns, sagte ich. Ach ja, wieso sollte ich? Fragte er Tizian. Obwohl es doch so viel Spaß macht. Tizian drehte einen Kreis und sagte lässig. Wir brauchen deine Hilfe beim Kampftrainieren, nicht, Edmund. Ach ja, ich trainiere euch ja auch nicht. Ich tue euch extra weh, sagte Edmund. Ach, wie schade, sagte Tizian in gespielt traurigen Ton. Dann stupste er Edmund gegen einen Felsen. Dann stupste er Edmund gegen einen Felsen. Wie geil. Das kann ich mir bildlich gerade nicht so gut vorstellen. Wie stupst man denn jemanden gegen einen Felsen? Ist auch so, oh mein Gott, wie lässig Tizian einfach reagiert. Er ist so krass. Er ist so richtig cool. Ich will unbedingt so sein wie er. Edmund flog Wutentbrand weg. Ja, damit hört auch schon wieder dieses Kapitel auf. Also die Kapitel sind, dass es hat, die haben eine Länge. Die ist wirklich sehr definitiv romanwürdig. Kapitel 9. Finn, der eine Packfrisur. Finn, der eine Packfrisur sagte. Finn, der eine Packfrisur sagte. Was ist das denn? Kann mir das irgendjemand übersetzen? Ich weiß. Finn, der eine Packfrisur sagte. Ich bin auch neu als Vampir. Ich lächelte. Okay. Dann ist das jetzt auch passiert. Ich unterhielt mich oft mit Tizian, der übrigens zwischen rot und blonde Haare hatte. Ich schwarze lange, aber das ist jetzt unwichtig. Und Spiritus hatte schwarze Haare. Ist auch so geil, wie sie das so richtig random nebenbei noch erwähnen muss, weil sie ist ja nicht mehr an Spiritus interessiert. Ja, also sie liebt ihn ja nicht mehr. Und er ist ihr total egal. Aber deswegen muss sie jetzt trotzdem nochmal erwähnen, was er für eine Haarfarbe hat. Also just saying. Ja, okay. Tizian war mein Freund und ich würde in beim Turnier nicht wehtun. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Bald rückte eine Kampfprobe näher, wo Menschen und Vampire getestet werden. Ich frage Tizian, findest du die Kampfprobe gut? Gut, aber anstrengend, sagt Tizian lachend. Wie lange ist es eigentlich noch bis zum Turnier, frage ich. Zwei Wochen und einen Tag, antwortet Tizian mir. Als ich zum Essen gehen wollte, Klammer auf, ich teile mir einen Tisch mit meinen Helfern, Klammer zu, sah ich einen Zettel auf den Boden. Ich las in. Hey Viola, ich habe die eigenen Helfer, Rudi, Klammer auf, so heißt dein anderer Helfer, Klammer zu, und Bianca gefangen genommen. Viel Spaß beim Weinen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ach so. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, als dieser andere Helfer erwähnt wurde, dass wir nicht wissen, wie er heißt, aber angeblich heißt er ja jetzt Rudi. Okay, gut zu wissen. Ist auch schön, dass er ihr das nochmal sagen muss, also dass er auf dem Zettel in Klammern nochmal schreiben muss, dass so ihr anderer Helfer heißt, weil wahrscheinlich weiß sie das auch nicht mal bis jetzt. Aber ja, dann sind die jetzt wohl nicht mehr mit dabei, denke ich. Ich wusste sofort, dass Edmund den Zettel geschrieben hat. Tizian kam zu mir und erzählte mir, dass Edmund seine Helfer Dimo und Edward gefangen hat. Wir sahen Dimo, Edward, Bianca und Rudi an einen Felsen gebunden. Edmund las sie frei, sagte ich zu Edmund. Warum sieht das auch kein anderer? Also, die sind jetzt nirgendwo hingegangen, also wir haben keinen Kontext bekommen, dass sie irgendwo anders hingegangen sind und so. Das heißt, die müssten ja dann irgendwo in der Nähe an einem Felsen hängen und ja, das sieht anscheinend dann auch niemand anderes, weil das sind sie, also sie ist jetzt irgendwie so die Einzige, die das gesehen hat oder so. Ja, naja. Jedenfalls, die Kapitel sind sehr kurz. Das waren jetzt drei weitere Kapitel dieser Geschichte. Wir werden diese Geschichte auf jeden Fall auch weiterlesen, das heißt, schaltet gerne mal beim nächsten Mal rein, wenn wir uns dann auch wieder mit dem Verrat beschäftigen, wo ich jetzt noch nicht weiß, was jetzt der Verrat ist. Vielleicht reden wir ja von Edmund, vielleicht auch nicht, werden wir ja sehen, wenn wir weiterlesen. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restsonntag oder eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr das hört. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal in den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbeischaut. Hört gerne mal beim Podcast rein. Was sagst du zum Hawaii-Toast? Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein sehr gutes... Oder generell Pizza-Hawaii, sag mal so. Wir müssen ja jetzt nicht das nur abhängig... Also es ist beides... Ja, okay. Es ist was anderes, aber es ist beides gleich. Es ist trotzdem nur die gleiche, die eine richtige Antwort, aber... Genau. Ach, echt? Okay. Bist du mit deiner Antwort zuerst vorrat, oder soll ich anfangen? Das ist alles ganz lustig, hoffe ich, denke ich, nehme ich mal an. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, LGME. Doch dann flatterte mein Umhang, ich flog. Doch die anderen waren schon weit. Hatte... Bla, bla, bla. Nee, hab mich in der Zeit verteilt. Okay, egal. Ich sah Edmund den... Denn... Bla, bla. Bla, bla, bla. Ach ja, ich trainiere euch ja auch nicht. Ich tue... Ich weiß noch nicht, warum ich das Kran nicht lese kann. Und Spiritus hatte... Spiritus hatte schwarze Haare. Dann taue ihn ja auch nicht. Vielen Dank.